Ich bin Junior Product Managerin, weil ich viel Freude an dem Produkt habe und immer die neuesten Sachen ausprobieren darf. Bei der Import Barfume arbeite ich gerne, weil ich einen grossen Bereich verantworten darf, ein cooles Team dahinter steckt und wir sehr dynamisch sind und immer neue Sortimente im Angebot haben. Ich denke, das Wichtigste bei diesem Job ist viel Leidenschaft mitzubringen, Freude an dem Produkt und ein kleines Organisationstalents zu sein. Die grösste Herausforderung für mich war, das ganze Sortiment zu kennen, die vielen Anzahl der Produkte und natürlich auch die Lieferantenverhandlungen, weil auch die Lieferanten gut verhandeln können, aber wir können es besser. Ich bin natürlich eine Frau und ich liebe die Produkte. Am meisten Freude macht mir den Zeitpunkt, wo ich das erste Mal das Produkt gesehen habe und als erste Schmücken habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo es im Laden ist, in unseren über 120 Filialen oder sogar im Magazin erscheint. Ich kenne den Schweizer Duftmacht in- und auswendig und das Ziel von mir ist, glückliche Kunden zu sehen und möglichst viel Umsatz zu erreichen. In der Import Barfume habe ich in kurzer Zeit viel gelernt und ich bin selber jemand, der nie stehen bleiben möchte und Cobb unterstützt einen bei der Weiterentwicklung. Und Sie, warum möchten Sie bei der Import Barfumei arbeiten?